Hallihallo, jetzt willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Horizon, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber nein, da sind wir genauso viel gekrabbelt. Assassin's Creed Origins, wir konnten nur nicht ganz so viel überall hochklettern, aber ja, ein bisschen schon. Gut, wir haben jetzt hier so eine neue Quest vom Reda angenommen und wir sollen da hier rüber, aber da dachte ich mir, komm, können wir auch mal Schnellreise hier rüber machen. Das ist schon, geht schon. So, neuer Stream, mal sehen, wie dämlich ich mich wieder anstelle. Ganze Kämpfen und sowas, ist ja jetzt alles wieder ein bisschen neu. Weil, lange nicht getan. Doch, aber hier schon geplündert gehabt. Ja, ich beschwere mich nicht über nochmal plündern. Ganz sicher nicht. Dieser Ort wird schwer bewacht. Grenze? Wurde diesen Ort nicht zuletzt schon mal platt gemacht? Ich frage für einen Freund. Senefeier. Also Senefeier. Steck. Ach ja, genau, den hatten wir doch zuletzt gemacht, wo wir dann hier unten gesagt haben, na, ist der Hauptmann vielleicht ein bisschen intelligenter? Spoiler. Nein, war er nicht. Oh, jetzt haben sie hier drinnen einen Leopard. Oder vielleicht einen Gepard. Oder vielleicht einen Gepard. Dann haben wir das auch erledigt. Was bringt denn der noch hin? Ich gebe ihm Bescheid. Ja, gut, da hat man das. Der Produktspionage. Ah, schön. Hopp. Ich möchte nicht wissen, wie viele Projekte es in der IT gibt, die so heißen. Ist ja jetzt nun wirklich kein... Kein besonders, nun ja, einzigartiger Name. Eigenartig vielleicht schon, aber nicht einzigartig. Einfach ab. War ein Leopard. Na gut. Also doch bloß ein Panzer. Verkäuze. So. Äh, hier oben. So gut. Kommen wir gleich vorbei. Und dann können wir... War dann nicht hier auch in der Nähe, wo wir dann weiter zu den anderen Quests gehen können? Ich dachte schon, ne? Gut gemacht, Magi. Das ist für dich. Wie versprochen. Uh, legendäre Doppelschwerter. Sehr schnell, kurze Reichweite. Reicht wie die Luft, hart wie der Hage. Schnell wie der Wind und tödlich wie Blitze. Mhm. Mhm. Wie Alte. Ah, Gah! Gah! okay verglichen mit dem ja doch also ich glaube die lasse ich jetzt mal so also den für ich will schnell und ich will ein bisschen hin und her und wenn ich dann so im Infight bin gleich die bei dem Vipernzahn gefällt mir schon echt sehr dass wir halt so vergiften können muss ich sagen es gefällt mir doch arg so komm dann machen wir die beiden Sachen das hatten wir uns ja extra aufgehoben gehabt ach so hier war das Ding noch offen ja komm dann machen wir das jetzt schnell und dann gehen wir von dort nach oben machen erst diese kleine weiß ich nicht garnison fest wahrscheinlich nicht große wird dann die feste sein wahrscheinlich wir sind wir sind wir sind Das war's für heute. Achso, ich schätze, wo ist das? Mhm. Haben sie noch zusätzlich... Oh! Brauchst du ein paar Kasper-Köpfe? Ich kann halt nicht anders. Da sind gerade mal ein paar Kasper-Köpfe und ich dafür brauche sie. Oh! Ähm... Ich bin der letzte Magi. Mein Vater nahm mich mit zu dem Steinkreis am anderen Flussufer. Wir haben die Sterne angeschaut. Ein schwarzer Umhang besprenkelt mit Goldstaub. Wir sahen uns die Sternbilder an. Und dann sollte ich meine Träume der Herren Selke zuflüstern. Und wovon träumst du? Ich träume, dass ich eines Tages ein Magi bin. So wie du. Alles ist möglich in dieser Welt. Wenn die Götter es wollen. Hm. Dann haben wir doch jetzt... Haben wir da jetzt nicht irgendwie... ...die nächste Info zu einem... ...Steinkreis bekommen? Also hier für... ...für unseren Sohnemann. Geht jetzt halt irgendwie... Guck mal, hier unten, oder? Kann das sein? Naja, oder? Hier oben, aber... Naja. Gucken wir uns dann auch noch an. Alles gut. Halt! Hm. Ach, jetzt fahrt ihr auch noch los. Hey! Stirb endlich! Wir kann hier enden ja auch! Hey, warte! Stirb, du Scheiße! Wir entkommst du nicht, wollte er sagen. Und stirbt. Nun ja, also... Okay, wir müssen ja da rüber. Alles gut. So. Ordentlich hinsetzen. Das hat ja gut geklappt mit dem Stealth. Naja. Dann wird das gleich jetzt noch viel schlechter klappen. Schön. Ja, ist total unauffällig, ne? Wenn du jetzt hier angerannt kommst. Und du nicht aufsammeln willst. Total unauffällig. Junge. Mal hier. Mal hier. Moment. War das? Nö, nö. Das war nix. Äh... Ich riskier's? Weil der dreht uns noch den Rücken zu. Oh man. Traumhaft. Traumhaft. Und die kriegen nix mit. Oh, geil. Noch 200 Blu... Äh, nee. Drachen abgesammelt. Und die anderen müssen wir ja gar nicht töten. Ne? Wir können die ja auch einfach mal am Leben lassen. Glaub ich. Das kriegen die nicht mit. Schon gar nicht, dass wir das waren. Kriegen wir gut. So, ähm, 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 gut. Ähm, ja komm. Machen wir eine schnell Reise hier rüber. Nicht so sehr eure Zeit verschwenden hier. War das schon immer da? Beim Klattern auf Alt, um an eine Wand auf eine Plattform unter dir zu schweigen. Ah, ah ja. Schön. Gibt immerhin Pelze. Pass rein. Oh. Ah, das ist schon. Ist hier was Sinnvolles? Ja. Obwohl, ich könnte hier mal die... Ich könnte hier mal diese andere Waffe testen. Was hast du nur? Was denn? Ich mach doch gar nix. Wie er halb hinten umkippt. Das seh ich mir an. Ja, mach's, mach's. Ich weiß es auch nicht. Verdammt. Hey. Ich bring dich auf. Angriff! Das war mir zu knapp. Ich hab das Ziel in Sehen. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Die sind zwar schneller, aber jeder Einzelne macht bloß die Hälfte des Schadens. Sie haben halt 280 Schaden, aber jeder Einzelne Hieb macht halt bloß um die 140. Hey, zu mir, Brüder! Ein schwerer Schuss! Kein einfacher Schuss! Oder so. Hm. So sehr überzeugt bin ich jetzt von dem Ding nicht. Naja. Noch mal ein bisschen ausprobieren, aber... Riesig. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Weil so richtig megagut fand ich's jetzt nicht. Verschaff' nie mehr Zeit! Ich muss weiter! Arbeite zusammen! Nein! Ich ruf' die Truppen! Verschaff' nie mehr Zeit! Ich muss weiter! Hä? Du willst mich doch verarschen. Ich wollt euch hier draußen helfen. Das mach ich nie wieder. Ja, das wollte ich machen. Drei Köpfe. iskunde, ja. Fuuuck! Das ist jetzt hier auch so... Äh, äh, fü, 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 lakke. Jetzt kommt der Phylake hier Ich fasse sie aber nicht Machst du nicht Furchtbar Ja, das ist ja jetzt super, ne? Ach, was ist das? Ach, was ist das? Ja, ne? Dann Machst du gut Scheiße Dieser Adrenalinrausch ist geil Oh, ist das schön Ja doch, hat Spaß gemacht Gerne wieder 10 von 10 Lass mich raten Das Ding ist jetzt erledigt, oder was? Hier schießen sie zuerst und fragen dann Gut Ja, das war natürlich genauso geplant Ist ja logisch Weiß ja jetzt aber auch jeder Genau so und nicht anders war das geplant Ja, das ist ja Ja, das ist ja Stehen Du hättest nicht Du da halt Kann ich das hier irgendwie ausmachen? Nö, ne? Da kommen jetzt unendlich noch irgendwelche tapferen Recken, die sich gestrecken wollen Okay, also das mit dem Phylake, das Habe ich jetzt nicht so erwartet Aber ich bin doch recht happy, dass es so geworden ist Mal weiter Ich habe das Gefühl, dass leise, dass wir hier irgendwann nochmal rein müssen in diese Garnison Ich habe nur so'n Gefühl So, okay Ich habe keine Ahnung Vor allem der Phylake hatte ja so'n gar keine Chance Der konnte ja so'n gar nicht zurückschlagen Fand ich schon ein bisschen geil Muss ich schon sagen Oh, guck mal Oh, guck mal Da unten geht's rein Gut, das können wir uns ja dann mal gleich aufdecken, so'n bisschen mehr Ah Okay, da haben wir noch mehr Spaß Okay Ja, das wird ja Ach, guck mal Da haben wir noch Ein paar Leute zum Befreien Das hört ja nicht auf mit Leuten hier Wissen sie aber nicht Drei Schätze Hauptmann Wahrscheinlich Kommandeur Der andere Die haben eindeutig zu viele Leute Kriegen denn die ganzen Leute her? Die ganzen Soldaten, die für die kämpfen wollen Ich meine, es kann doch keiner hingehen in die Dörfer und sagen Mensch, hier Ich hätte gerne Leute, die sich freiwillig abschlachten lassen und alle so Ja, okay, mach's mit Ich kann doch Ich kann doch nicht Oh, gut Naja Alles klar Dann, ähm Vielen Dank fürs Zusehen Und dann gucken wir uns das hier drüben nämlich In der nächsten Folge an Das wird uns schon Ich sag mal, das wird uns eine Folge beschäftigen Ich muss davon passen Ja Vielen Dank fürs Zusehen Macht's gut Cheerio Ciao